Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wassermann ist ein innovatives und zukunftsorientiertes Luftzeichen und fällt in die Zeit zwischen dem 20. Januar und dem 18. Februar. Wassermänner und Frauen sind bekannt für ihre einzigartige Perspektive, ihre Vorliebe für Veränderungen und ihren Wunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Lass uns die himmlischen Einsichten und Ratschläge erkunden, die das Universum heute für dich bereithält. Der heutige Tag bringt gute Nachrichten, vor allem in Bezug auf dein Zuhause. Positive Veränderungen sind entweder schon eingetreten oder stehen kurz bevor. Vielleicht denkst du über einen Umzug oder eine größere Renovierung nach. Unabhängig von der konkreten Veränderung deuten alle Anzeichen darauf hin, dass sich diese Veränderungen zum Besseren wenden werden. Nächstes Jahr um diese Zeit wirst du wahrscheinlich in einem größeren, verbesserten Haus wohnen, das die positiven Veränderungen in deinem Leben widerspiegelt. Effektive Kommunikation ist ein wertvolles Geschenk, vor allem wenn du dich emotional aufgestaut fühlst. Wenn du etwas Wichtiges zu sagen hast, solltest du bis 10 zählen, bevor du deine Gedanken aussprichst. Der heutige himmlische Aspekt kann dazu führen, dass du mit Präzision und Klarheit zu kämpfen hast, wenn es darum geht, wichtige Informationen zu vermitteln. Deine Emotionen zu kontrollieren, könnte sich als schwierig erweisen, aber körperliche Aktivitäten wie ein Workout im Fitnessstudio oder ein langer Spaziergang können dir helfen, überschüssige Energie loszuwerden. Am Ende des Tages wirst du dankbar sein, dass du ein Ventil für deine Gefühle gefunden hast. Im aktuellen astrologischen Klima könnte ständiges Geplapper zur Norm werden. Du wirst wahrscheinlich frustriert sein über den Tratsch und die irrelevanten Gespräche, die dich umgeben, besonders am Arbeitsplatz. Solche Diskussionen haben wenig Bezug zu deinen Zielen und Aufgaben. Es ist wichtig, dass du dir deine Zeit gut einteilst und dich nicht in unproduktiven Gesprächen verstrickst. Der himmlische Einfluss erlaubt es dir heute, größtenteils dein wahres Ich zum Ausdruck zu bringen. Einige Aspekte deines Lebens bleiben vielleicht unter Verschluss, aber nur vorübergehend. Deine natürliche Wärme und dein Sinn für Humor werden in den Vordergrund treten und den Raum erhellen. Es ist keine Überraschung, dass dein Charme eine Menge Bewunderer anziehen wird, die sehnsüchtig auf ein Date mit dir hoffen. Mit Blick auf die kommende Woche raten dir die Sterne, vorsichtig zu sein und ein persönliches Geheimnis zu hüten, das dir am Herzen liegt. Bei diesem Geheimnis könnte es sich um eine Enthüllung, eine unerwartete Gelegenheit oder um eine persönliche Angelegenheit handeln, die du bisher für dich behalten hast. Vertraue auf deinen Instinkt und deine Fähigkeit, in dieser heikeln Situation die richtige Vorgehensweise zu erkennen. Wenn du dieses Geheimnis zu früh preisgibst, kann das unvorhersehbare Folgen haben. Deshalb solltest du dir unbedingt die Zeit nehmen, über die möglichen Folgen nachzudenken, bevor du dich jemandem anertraust. Das Universum ermutigt dich, dieses Geheimnis vorerst für dich zu behalten und zuzulassen, dass es sich auf natürliche Weise entfaltet, wenn der richtige Moment gekommen ist. In der Stille deiner Gedanken entdeckst du vielleicht neue Perspektiven und Einsichten, die dir helfen werden, die beste Entscheidung für deine Zukunft zu treffen. Außerdem stehen heute Merkur in der Waage und Pluto im Steinbock im Quadrat. Dieser Aspekt kann intensive Emotionen in den Vordergrund deines Geistes und deines Herzens bringen. Die Macht der Worte wird in dieser Zeit verstärkt und unbedachte Äußerungen können ein großes Gewicht haben und möglicherweise Schaden anrichten. Erhöhte Leidenschaften können zu impulsiven Handlungen und unbedachten Worten führen, was unterstreicht, wie wichtig Freundlichkeit und Besonnenheit in deiner Kommunikation sind. Denk daran, dass emotionale Energie ansteckend ist, also wähle deine Worte mit Bedacht. Einmal gesprochene Worte können nicht zurückgenommen werden, also sprich mit Sorgfalt, Mitgefühl und Vorsicht, um unbeabsichtigten Schaden oder Missverständnisse zu vermeiden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die heutige Himmelsausrichtung gute Nachrichten für dein Privatleben bringt und positive Veränderungen für die nahe Zukunft vorhersagt. Effektive Kommunikation ist wichtig, besonders wenn die Emotionen hochkochen. Lass aufgestaute Gefühle durch körperliche Aktivität los, um das emotionale Gleichgewicht zu erhalten. Hüte dich vor leerem Geschwätz und unproduktiven Diskussionen, die deine Aufmerksamkeit von deinen Zielen ablenken könnten. Nutze die Gelegenheit, dein wahres Ich zum Ausdruck zu bringen, indem du deine Wärme und deinen Humor zeigst. In der kommenden Woche solltest du ein persönliches Geheimnis hüten und während des Merkur-Pluto-Quadrats in deiner Kommunikation diskret vorgehen. Wenn du diese Erkenntnisse beachtest, kannst du mit Optimismus und einem offenen Herzen durch den Tag gehen und die Veränderungen und Chancen am Horizont wahrnehmen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Hierophantenkarte steht für Tradition, Spiritualität und die Führung durch einen Mentor oder eine Institution. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute vielleicht dazu hingezogen fühlst, Weisheit und Führung von traditionellen Quellen oder Institutionen zu suchen. Sie steht für eine Zeit, in der du nach Antworten in etablierten Lehren suchst oder den Rat eines vertrauenswürdigen Mentors einholst. Der Hierophant ermutigt dich, deine Werte und Überzeugungen zu ehren und gleichzeitig offen dafür zu sein, von denen zu lernen, die einen ähnlichen Weg vor dir gegangen sind. Er erinnert dich daran, dass die Weisheit in der Tradition und den Lehren anderer zu finden ist. Zusammen mit dem Hierophanten haben wir das Ast der Münzen. Diese Karte steht für eine neue Chance auf finanziellen oder materiellen Reichtum. Sie steht für eine Zeit des Wohlstands, des Wachstums und für das Potenzial eines Neuanfangs in deinem materiellen Leben. Das Ast der Münzen lädt dich dazu ein, diese Chance zu nutzen, indem du praktische Schritte unternimmst, um deine Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Es erinnert dich daran, dass Erfolg durch Hingabe und harte Arbeit erreicht werden kann. Als letztes haben wir die Königin der Stäbe. Diese Karte steht für Selbstvertrauen, Kreativität und ein starkes Selbstbewusstsein. Sie steht für eine Zeit, in der du dein inneres Feuer umarmen und deine Ziele mit Leidenschaft und Entschlossenheit verfolgen kannst. Die Königin der Stäbe ermutigt dich, an deine Fähigkeiten zu glauben und mutig und selbstbewusst an deine Vorhaben heranzugehen. Sie erinnert dich daran, deine Kreativität zu nutzen und sie als Quelle der Inspiration einzusetzen. Zusammen bilden der Hierofant, das Ast der Münzen und die Königin der Stäbe eine Kombination aus der Suche nach Orientierung, dem Ergreifen neuer Möglichkeiten und dem Verfolgen deiner Ziele mit Zuversicht und Entschlossenheit. Mach dir heute die Energie des Hierofanten zunutze, indem du Weisheit und Führung von traditionellen Quellen oder einem vertrauenswürdigen Mentor suchst. Sei offen für Neues und achte auf deine Werte und Überzeugungen. Verkörpere gleichzeitig die Energie des Ast der Münzen, indem du die neue Chance auf finanziellen oder materiellen Reichtum erkennst. Ergreife praktische Maßnahmen, um deine Ziele zu verwirklichen, und arbeite fleißig auf die gewünschten Ergebnisse hin. Schließlich kanalierst du die Energie der Königin der Stäbe, indem du an deine Fähigkeiten glaubst und deine Ziele mit Leidenschaft und Zuversicht verfolgst. Nutze deine Kreativität als Quelle der Inspiration und lass dich von deinem inneren Feuer leiten. Heute ist ein Tag, an dem du nach Orientierung suchst, neue Chancen ergreifst und deine Ziele mit Zuversicht verfolgst. Lasse dich von der Weisheit der Tradition leiten, arbeite fleißig an deinen materiellen Zielen und glaube an deine Fähigkeiten. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Zielstrebigkeit, des Überflusses und der Entschlossenheit bewältigen. Deine Ziele Deine Zielen Deine Zielen Untertitelung des ZDF, 2020